Und da sind wir schon wieder bei Anno 1800 und ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wir müssen auf jeden Fall Schiffe bauen und dafür müssen wir die Kanoneindustrie hier oben mal so richtig anleiern. Wobei die läuft ja eigentlich, wir müssen nur warten bis die Kanonen dann auch fertig sind. Guck mal, sechs Stück haben wir schon, wir brauchen nur noch eine Kanone, dann können wir schon mal das erste Kanonenboot angehen. Das wird eine Weile dauern bis wir die Kanonenbootlieferung fertig haben. Das bedeutet aber auch, wir können die Zeit nutzen um die Siedlung nochmal so richtig auszubauen. Und ich würde gerne, das habe ich ja letzte Folge schon angefangen, überprüfen, wie das hier jetzt, aha, guck mal, jetzt nimmt es ab. Jetzt nimmt es langsam ab und hier müsste man eigentlich noch eine, was die Kleidung angeht, ist das wirklich schwierig mit den Leuten hier. So, da haben wir aber ziemlich viel Kleidung hier vor Ort, die hergestellt wird. Und hier machen wir so einen kleinen, aha, guck mal, hier können wir wieder ein bisschen dekorieren. Da machen wir einen schönen Brunnen. Und dann kommt hier ein Apfelbaum hin. Och, und hier machen wir Gras. Och, ist das nicht schön. Da freuen sich unsere Bürger. So, und ich wollte, ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit diese Anno-Statue immer aufsetzen. Du bist mir doch ein wenig zu aufgeweckt. Was habe ich denn gemacht? Sollen wir die vielleicht mal am Hafen aufstellen, dass wenn die Leute ankommen, sie sofort sehen, ach Mensch, das ist einer der... Nee, hier, das. Das ist einer, der hat vorbestellt. Meine Güte. Ja, wir machen das mal am Hafen, oder? Zack. Ach, wir können sogar mehrere davon bauen. Das ist ja schön. Kann ich ja die ganze Stadt damit zupflastern. Sehr gut. Dann kann ich hier noch ein bisschen Deko machen, dass wenn die Leute in die Stadt reinkommen. Wobei, es gibt doch auch Arbeiter-Deko. Die kann ich mittlerweile auch... Nein, die kann ich noch nicht herstellen. Ich kann aber eine... Achso, ich kann Bier herstellen und ich kann eine Polizei. Auf dieser Insel Null. Ich denke, wir brauchen eine Polizei. Unsere Leute sind alle sehr radikal. Guck mal, die Polizei direkt... Das ist der Weg, ne? Man geht auf den Markt einkaufen und verdient sich sein Geld. Geht damit ins Gasthaus, versäuft sich komplett. Landet dann in der Kirche, wo man sagt, es tut mir so leid, ich habe alles versorfen. Und der nächste Schritt ist dann zur Polizei. Da wirst du dann eingeknastet und die Sache ist durch. Jetzt kann ich aber schon mal das Schiff in Auftrag geben. Das erste Kanonenboot, das wir herstellen. Und schon wieder haben wir zu wenig Arbeiter. Verdammt. Na gut, dann haue ich hier nochmal ein bisschen Siedlungsplatz dazu. Und hier auch nochmal. Eins, zwei, drei, vier. Zack. Das sollte reichen, um wieder genug dazu zu bekommen, dass wir da oben ausbauen können. Da wächst aber schon ganz schön unsere kleine Siedlung Neu-Düßburg hier. Kann man nicht meckern. Und zehn. Jawohl. Jetzt haben wir genug und das Schiff sollte auch in entsprechender Geschwindigkeit fertig werden. Und wenn das Schiff fertig ist, beziehungsweise wir brauchen ja wahrscheinlich sowieso noch mehr Bauern, weil ich ja gucken muss wegen der Grundbedürfnisse. Er hat einen Markt, hat auch genug Kleidung. Wie sieht es denn eigentlich aus im Lager? Jetzt geht es mit der Kleidung, glaube ich, langsam bergauf. Mehr als genug Schafe haben wir. Schnappes. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Jean LaFortune ist das ein Namensvetter von mir. Aber wen greift er denn an und warum? Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen. Wie sieht es denn eigentlich hier aus in der Diplomatie? Frieden, Krieg. Ja. Kann man machen. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich wollte mich um die Industrie kümmern. Hier läuft, glaube ich, jetzt mittlerweile ganz gut. Hier werden Bäume gepflanzt. Da können wir theoretisch noch einen dritten hinbauen. Also einen dritten Holzfäller, wenn wir es denn bräuchten. Aber ich glaube nicht. Was ist hier oben los? Was war das denn? Der Laden läuft. Ja gut, sie wollen Brot. Und hier wächst ja zum Glück auch Getreide. Aber, ach so, warte mal. Ich wollte mich erst mal um möglichst nochmal Schnapsnachschub kümmern. Weil ich gesehen habe, wir haben null Kartoffeln. Ja, nö. Ich lebe meinen eigenen Traum. Oh, das gucke ich mir lieber vorher an. Nach der positiven Entwicklung bei Jean mit sagenhaften Gewinnen sagt man, dort habe man Midas' goldenes Händchen. Gut für Midas ist die Geschichte nicht gut ausgegangen, aber halten wir uns nicht mit Schwarzmalerei auf. Unsere Nachbarn haben sich den Krieg erklärt. Ein abgefangenes Telegramm hat den Sachverhalt bestätigt, von dem viele glauben, dass er schon lange in der Luft lag. Nun ist der Damm gebrochen. Doch kein Grund für uns zu reagieren. Neutrale sollten sich dumm stellen. Brotknappheit. Der Mangel an Brot aufgrund von schändlicher Misswirtschaft lässt die Gesellschaft in Neu-Duisburg langsam zerbröseln. Bisher haben wir nicht einen Krümel von Beweis hinsichtlich einer Lösung gesehen. Das stimmt so nicht. Äh, ich bin überzeugt, dass das Konsumverhalten viel, viel wichtiger ist. Wenn du kein Brot hast, dann kauf dir doch einfach eine Uhr. Ach, Entschuldigung. Eben habe ich noch deine Gedichte hin und her gebracht. Jetzt habe ich auch immer wenig Anstand. Achso, der muss noch hier. Schnauz mich doch nie so an. Was ist denn los mit dir? Boah, wir machen die einfach hier in diese Richtung, bauen wir die Felder. Dann haben wir den Platz nämlich auch sinnvoll genutzt hier hinten. Guck mal, ist schon fertig. Perfekt. Das ist schön. Ein schönes Eckpflänzchen, Eckbauernhöfchen. Hier können wir noch eine Statue hinstellen. Oh, das mache ich jetzt. Oh, guck mal hier. Dann haben wir hier nämlich auch eine andere Statue für unsere Bauern. dass die auch wissen, Mensch, das ist einer, der hat vorbestellt. Ach, ja. Und wir sind immer noch eine wunderliche Hafenstadt. Ich weiß auch nicht, Übersicht der Inselanteile. Ah, Wert aller Anteile. Ich bin der Anteilseigner von allen. Also, ich habe alles. Die Insel gehört mir. Ist das Schiff schon fertig? Ach nee, habe ich es in Auftrag gegeben? Ich habe es in Auftrag gegeben. Wo ist mein Schiff? Wo ist mein Schiff? Da ist mein Kanonenboot. Hier, Ringelblume. Ringelblume wird jetzt eiskalt an den guten Blake. Achso, das muss ich mal ein paar von den Aufträgen hier erledigen. Das würde uns wahrscheinlich finanziell gut helfen und würde auch die Beziehung zu den anderen mal wieder ein bisschen verbessern. Das könnte man schon mal machen. So, ich wollte eigentlich Brot. Guck mal, jetzt haben wir wieder genug Arbeiter und alles. Dann kann man gleich das nächste Schiff schon mal in Auftrag geben. Da, zwei Kanonenboote. Eins wird gerade verkauft. Und für die Fregatte müssen wir dann sowieso noch einiges an Waffen sparen. Da kommt es angeschüppert. Die Ringelblume. Pass auf, bevor wir ihm das Schiff verkaufen, benennen wir das nochmal um. Wir schicken, wir verkaufen ihm natürlich das prachtvolle Kanonenboot. Bitte verwenden Sie angemessene Formulierungen. Dumm darf ich nicht schreiben. Darf ich denn Popo schreiben? Das Kanonenboot Popo. Der Falke ist bereit. Der Falke ist bereit. Hier, ich würde gerne verkaufen. Ach nee, hier kann ich verkaufen. Bitteschön. Ich biete Ihnen wie immer auf meine bescheidenen Dienste. Jawohl. Das Kanonenboot Popo gebe ich gerne für 11.000 in deinen Besitz über. Kein Problem. Hier wird schon das nächste gebaut. Das wird dann Pipi sein. Immer mal ein bisschen den Archibald Blake auch demütigen. Das hilft immer in Beziehungen. Ah, guck mal. Jetzt haben wir genug Kartoffeln. Weil jetzt kommt langsam was rein. Und das heißt, Schnappes könnten wir theoretisch auch nochmal... Laufen die denn auf 100%? Die laufen auf 100%. Muss echt vorsichtig sein. Wenn ich nämlich hier zu viele von diesen Bauernhäusern baue, dann haben wir irgendwann kein Schnappes mehr. Und Schnappes brauchen wir ganz viel. So, wie sieht es mit den Waffen aus? Die werden produziert. Und ich wollte ja mal gucken. Hier wegen dem Bier. Wir haben jetzt mittlerweile wieder genug Bauernarbeitskraft. Also wir könnten hier oben... Ach, guck mal. Ist schon wieder fertig. Ja, dann schicke ich das mal los, während wir dann uns um Bier kümmern. Regent? Nein. Das ist das Schwesterschiff von der Popo. Das ist die Pipi. Also der wird sich irgendwann auch nicht mehr wundern. Wenn Schiffe aus Neu-Duisburg kommen, dann sagt er auch... Nee, komm. Nee, ist gut. Lass einfach sein. Ist... Nee, will ich nicht. So, Bier wird den Leuten helfen, zufriedener zu sein. Da bin ich fest von überzeugt. Ach, die Sache ist die. Hier wächst ja kein Hopfen, ne? Das heißt, das bringt eigentlich gar nichts, das hier. Äh, hier wächst kein Hopfen. Ich muss so oder so hier meine Siedlung errichten, weil... Hier wächst Hopfen und Getreide. Dann mache ich nämlich die Bierproduktion gar nicht hier, sondern schippe das Bier einfach komplett rüber. Ne? Das würde wahrscheinlich mehr Sinn machen. Dann kommt hier das Getreide. Ach, nee. Ich bin aber so ein Idiot. Ich wollte ja Getreide wegen Brot, nicht wegen Bier. Ja, da war wieder der Vater, der Gedanke, der Handlung. Äh, nee. Die Handlung, der Gedanke, der Vater. Ihr wisst doch, was ich meine. Ich weiß es selber nicht so genau. So. Machen wir nämlich hier ein Fältchen. Wobei, warte mal. Ich mache das anders. Wir müssen ja wahrscheinlich sowieso eine adäquate Brotversorgung gewährleisten, ne? Dann machen wir doch vielleicht einfach direkt zwei davon. Die dann hier so ein zusammenliegendes Feld. Ach, nee. Warte. Die dann hier so ein zusammenliegendes Feld haben. Ich glaube, das sieht dann auch einfach schöner aus. So. Und dann machen wir hier die Straße hin. Und da können wir noch ein bisschen Deko machen. Ach, Deko für Arbeiter darf ich noch immer nicht machen. Da muss ich mir noch ein bisschen was ausbreiten. Aber dann machen wir hier so einen schönen Baum hin. Ich hoffe, Sie akzeptieren mein bescheidenes Geschenk. Eben hast du mich noch ausgemeckert. Auf einmal kriege ich ein bescheidenes Geschenk von dir. Was ist denn los? So, das Schiff ist da. Kanonenboot verkaufen. Er kriegt jetzt auch die Pipi. Oh, ich wollte gerade entweder. Dankeschön. Popo und Pipi geht zum Auftrag der Königin unterwegs. Alles gut. Jetzt brauchen wir nur noch eine Fregatte. Für die Fregatte brauchen wir natürlich Handwerker. Da muss ich jetzt erstmal... Ja, da brauchen wir Brot, eine Schule und Seife. Oh, was ist los? Ah, Fisch. Ich habe nicht genug Fisch. Guck mal, ich könnte vielleicht nochmal... Hier an der Ecke kann ich nicht mehr... Ich muss ja Hafengebäude bauen hier. Kann ich sowieso nicht. Dann muss ich vielleicht hier hinten nochmal so... Hier haben wir ja auch vor allen Dingen Zugang zum... Dass die sich auch nicht zu sehr gegenseitig stören. Wir haben ja auch Zugang zum... Zum Transportwarenhaus hier oben. Dass ich vielleicht auch mal upgraden könnte. Jetzt, wo da so viele Gebäude drumherum stehen. Vor allen Dingen, weil ich das Geld dafür ja habe. Jetzt fehlen mir schon wieder Bauern. Meine Güte. Immer fehlt es an Bauern. Zack. Und vielleicht machen wir noch eine... Hier unten hin. Zack. Und ich hoffe, dass... Wir müssen ja schon wieder Schnaps bauen. Das reicht ja mit dem Schnaps niemals. Hinten und vorne nicht. Wir haben ja vorher schon den ganzen Schnaps verbraucht. Ja. Zu essen. Kannst du haben. Ich habe ja gerade schon wieder... Ich fühle mich taufrisch und lebendig. Da eben eine neue Fischerei gebaut. Man kann hier auch nochmal eine hinbauen. Für alle Fälle. Nicht, dass uns hier irgendwann die Nahrungsmittel ausgehen. Das wäre ungut. Aber ich brauche dann natürlich auch hier... Ein Lagerhaus. Aber das ist nicht so schlecht. Weil wir können hier in der Ecke sowieso noch ein bisschen produzieren. Vielleicht auch landwirtschaftliche Erträge. Ich denke mal, das passt vielleicht ganz gut hier unten in die Ecke. Das könnte zumindest ganz gut passen. So. So gefällt mir das dann schon. Dann können wir hier nochmal so einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb machen. Hier sind Tiere unterwegs. Mit denen man nichts machen kann. Wir müssen... Achso. Was hat Wertanteile gekauft? Ich habe es wieder nicht gesehen. Es tut mir leid. Und langsam geht es dann nach oben. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das Getreide auch weiterverarbeiten. Die wollten ja Brot haben. Und wir müssen ganz dringend auch mal eine Handelskammer basteln. Wie wäre es mit einem Café? Sie spielen schon seit zwei Stunden. Was? Ähm. Och ja. Ist ja mittlerweile... Oh. Ist mittlerweile zwei Uhr geworden. Das ist nicht so gut. Ähm. Ja gut. Ich mache noch die Folge fertig. Spiel. Ganz versprochen. Dann mache ich mir keinen Kaffee, sondern dann gehe ich ins Bett. Ganz dringend sogar. Aber ich kann jetzt noch nicht. Ich kann jetzt noch nicht. Ich muss jetzt hier noch zumindest dafür sorgen, dass die Menschen Brot haben. Brot für die Menschen. Denn wenn sie Brot haben und eine Schule... Ich muss dann wahrscheinlich noch mehr ausbauen. Also ich muss sowieso... Wie sieht es mit den Schnapsvorräten aus? Fisch geht langsam runter. Schnaps bleibt stabil. Kartoffeln haben wir wieder mehr. Das ist gut. Das ist gut. Dann kann ich nämlich eventuell noch eine Schnapsbrennerei bauen. Wo die Leute dann eventuell die Versorgung... Ach guck mal hier. Fehlt jetzt wieder... Ja hier kommt doch direkt. Hier ist doch unterwegs. Kann ich noch nicht upgraden, weil ich noch keine Handwerker habe. Wie sieht es denn eigentlich generell aus? Umweltverschmutzung. Das ist nicht gut. Kultur. Ornamente. Ja wegen den beiden Statuen oder was. In Neu-Duisburg mangelt es an. Das will ich nicht hören. Das nächste Mal, wenn hier einer mit schlechten Nachrichten kommt... ...bitte sofort ins Gefängnis werfen. Das reicht mir langsam. Das reicht mir. So auf dieser Insel. Unterhaltskosten. Ah ja investierter Einfluss. Und das müsste ich irgendwo bauen, wo es auch Sinn macht. Ich fange an mich zu fragen, ob sie die Dinge nicht ändern könnten. Was soll ich denn bitte schon ändern? Okay warte mal. Na es muss natürlich auch Sinn machen, wo ich das Gebäude hinbaue. Was habe ich denn eigentlich gerade an Items da? Ich habe den in der Hafenmeisterei. Beeinflusst Schiffswerften. Baukosten, Unterhaltskosten. Oh. Verkaufspreis 66.000. Beeinflusst Schweinezucht, Siederei und Metzgerei. Schweinezucht, Siederei und Metzgerei. Die sollte ich dann vielleicht irgendwie drumherum. Hier Schweinezucht. Wo ist denn die Metzgerei? Vielleicht sollte ich die tatsächlich da oben hochrücken. Und könnte stattdessen hier noch so eine... Ja, das würde Sinn machen. Siederei und Metzgerei. Pass mal auf. Dann kommt die Metzgerei hier hin. Dann mache ich hier mal gerade den Weg Wäsch. Dann kommt stattdessen dahin noch eine... eine Klamottenfabrik. Dann kommt der Weg wieder hin. Dann kommt da oben nämlich ein... dieses Gebäude hin. Warte mal, ich glaube, ich muss nochmal drehen. Drehen. So rum. Dann können wir nämlich hier noch eine Straße bauen. Zack. So, und hier können wir jetzt... das Ding hinmachen. Unterhaltskosten plus 30%. Negative Attraktivität minus 25%. Reduziert den Gestank auf ein Minimum. Das heißt, wir zahlen mehr für die Gebäude. Aber... unsere Attraktivität leidet nicht so sehr darunter... unter der Metzgerei und der Schweinezucht. Ganz nett. Obwohl der Sand etwas zu gelb ist. Ach, komm. Ich zeige dir mal gleich gelben Sand. Warte mal. Ich gehe mal eben schnell ins Gasthaus. Und danach kann ich dir gelben Sand zeigen. So, ähm, wir müssen sowieso mehr Würste produzieren. Wie sieht es denn eigentlich mit unserer Wurstproduktion aus? Ich muss mal gerade gucken. Hier, äh, ist schon wieder überlastet. Würste haben wir eigentlich genug. Ne, da muss ich auch keine Wurst produzieren. Aber was ich machen könnte, wäre Seife produzieren, ne? Das brauchen die Leute, glaube ich, auch ganz dringend. Das können wir jetzt hier alles um das Gebäude rundherum bauen. Und hier wird Seife gemacht. So, ne? Und das kostet mich zwar jetzt doch ordentlich Geld. Aber dann haben wir... Und wir könnten noch eine Schweinefarm machen, oder? Die bauen wir vielleicht mal so hier an die Ecke dran, oder? Ne. Können wir die hier hinbauen? Das müsste eigentlich passen vom Platz her. Dam, 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 hier. Und dann bauen wir die Schweinskis. So drumherum, ne? Ja, da kann ich sie nicht bauen. Das ist doof. Zack. Dann bauen wir noch eins hier hin. Und die Sache ist gegessen. Sehr schön. Dann haben wir auch noch ordentliche Seifenproduktion. Dann können sie sich auch endlich mal waschen. Und vor allen Dingen, der Einfluss ist nicht so stark. Das wäre jetzt deutlich stärker. Gut, die Umweltverschmutzung, da kann ich nur nichts gegen machen. Es fehlt das gewisse Etwas. Dann geh doch nach Hause. Geh doch nach Oberhausen. So. Ey, was ist eigentlich das hier oben? Achso, das ist wahrscheinlich der nächste Level. Ah, okay, ich verstehe. Hier oben unsere Produktion gefällt mir ganz gut. Die Feuerwehr hat auch noch alles unter Kontrolle. Ja, weitestgehend. Das wird hier schon ein bisschen kritisch. Aber gut. Kann nicht mobilisiert werden. Bevölkerungszufriedenheit muss ich dringend erhöhen. Das wird sich jetzt aber von selbst regeln. Die bekommen jetzt nämlich Brot und Seife. Und vor allen Dingen kann ich dann auch mal die Schule alsbald platzieren. Und die würde ich gerne hier platzieren. Oder hier? Na, pass auf. Die würde ich gerne hier platzieren. Da muss ich nur zwei... Ne, vier Gebäude muss ich umsetzen. Wo kommt ihr denn hin? Ich baue euch mal hier rüber. Das sollte schon passen. Hoffentlich seid ihr nicht böse, dass ich eure Häuser einfach wegschiebe. So. Dann kommt nämlich hier die Schule hin. Es ist nicht Bright Sands. Aber es ist alles andere als schlecht. Habe ich dich eigentlich jemals um deine Meinung gefragt, Mister? Ich ziehe meine Gefängnisinsassenkleidung nicht aus. Nein. Trotzdem kommst du dauernd zu mir und quatschst mich dumm von der Seite an, um mir zu erzählen, was es alles nicht ist und warum ich meinem Vater folgen sollte. Warum sollte ich eigentlich auf dich hören? Das ist doch unfassbar. So, die haben eine Schule. Die müssen jetzt überglücklich sein. Endlich können sie ihre Kinder zur Schule schicken. Können den ganzen Tag Party machen. Schnaps ist nicht... Ich wusste, dass ich mehr Schnaps brauche. Seife und Wurst und Brot. Hä? Wieso Brot? Versorgung verbessert sich? Ich mach doch überhaupt kein Brot. Doch, ich mach Brot. Ich bin ein Idiot. Das Einzige, was ich nicht mache, ist Hopfen. Und ich wollte ja die ganze Zeit die neue Siedlung gründen. Hier. So, unbewohnte Inselkonto bauen. Ich brauch... Ich geh mal eben Eisen holen, wa? Wobei, das könnte ich eigentlich auch mal hier kaufen. Dann muss ich es nämlich nicht der Hauptinsel wegnehmen, oder? Haben wir genug Eisen? Wir haben genug Eisen. Ich geh es von der Hauptinsel holen. Nicht unnötig Geld ausgeben. Und dann muss ich ganz dringend mal ein paar von diesen Aufgaben erledigen, die die hier immer für mich haben. Sie Aufgaben für mich? Ja, guck mal. Helfen Sie mir, Ordnung ins Chaos zu bringen? Oh, der köstliche, duft frisch gebrühten Tees. Ich vermisse ihn so sehr, dass allein der Gedanke daran schmerzt. Es gibt keinen Tag, an dem ich es nicht bereue, meinen Lieblingskessel zu Hause vergessen zu haben. Ich weiß, dass Beryl auch eine begeisterte Teetrinkerin ist. Vielleicht hat sie einen guten Kessel, den sie mir überlassen kann. Klaro. Ich schäbe wie auf Wolken. Wohl vom Leuchtturm ab kann ich machen, sobald ich hier meine Siedlung errichtet habe. Wir haben ja 29 Minuten Zeit dafür. Das ist mehr als genug, um da mal eben zum Leuchtturm rüber zu flitzen und die Sache mitzunehmen. Hier, ich möchte gerne... Nee, warte nicht. Zehn. So. Acht waren das, ne? Ich nehme mal 15 mit. Kann nicht viel schief gehen. Dann werden wir jetzt hier oben erstmal eine neue Siedlung errichten, beziehungsweise einen neuen Hafen bauen. Dann haben wir nämlich endlich Zugriff auf Wein und Bier. Das hier oben wird dann so ein bisschen unsere Spirituosenfabrik. Es ist nicht groß, aber wir können hier Spirituosen aller Arten herstellen. Das wird unsere Leute glücklich machen. Sehr glücklich. Oh ja. Eine wunderliche Hafenstadt. Ja, ich muss dringend Handwerker irgendwie ausbilden. Also gar nicht, kann ich das schon? Nein. Seife, Brot. Woran fehlt es denn? Achso, sie brauchen noch... Ah, sie brauchen noch Bier. Wobei... Nee, das ist ja nur Zufriedenheit. Das ist ja nur Luxus. Normalerweise müsste alles erfüllt sein. Es gibt zu wenig Brot. Ja, ich muss gleich mal gucken, dass ich eventuell nochmal an der Versorgung von Brot und Bäckerei arbeite. Eventuell muss ich auch mehrere Mühlen bauen. Es kann sein, dass ich jetzt genug Weizen habe, aber nicht genug Mühlen. Na, wir werden uns das gleich angucken. Und hier auch Eisenerz. Habe ich mehr als genug? Habe ich eigentlich... Wie sieht es eigentlich mit Kohle aus? Kohle? Holzkohle? Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Ich gucke mal eben in die Zeitung. All den anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. Oh nein, wir haben unseren Popo an Sir Archibald Blake verkauft. Das ist aber nicht gut. Kriegsschiff läuft vom Stapel. Ein stolzes neues Kriegsschiff mit Heimathafen fährt seine erste Patrouille. Bei Abfahrt wünschten die Angehörigen der Besatzung Glück. Angesichts der romantischen Aussicht nicht zu wissen, ob sie je zurückkehren wird. Das war die Reise der Popo. Glück und Licht. Neu Duisburg ist voller Freude. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich meine gegenwärtige Laune bei 8,5 ansiedeln. Diese Nachricht habe ich schon einmal vorgelesen. Ich denke, das können wir so lassen. Keine Änderung. Da werden wir keine Änderung vornehmen. Wir müssen ja auch nicht alles zensieren. Und jetzt nehmen wir uns diese Insel zu unserem Besitz. Du weißt doch, nicht alle Eier in einen Korb legen. Das habe ich auch nicht vor. Normalerweise lege ich meine Eier. Nein, ich rede jetzt nicht darüber. Egal. Es ist ja bald Ostern, ne? So, wir haben eine neue Siedlung gegründet. Ich muss jetzt mal hier ein Schiff rüber schicken. Ach ne, hier war ja irgendwas mit Tee. Ich muss zum Leuchtturm von ihr da unten. Dann gehe ich mal eben den Teekessel abholen. Ich habe ja auch nichts besseres zu tun mit meinem Schiff. Warum auch nicht? Und dann können wir währenddessen nämlich hier oben mal gucken, wie es denn aussieht. So. Bier haben wir natürlich noch keins. Ich muss mal hier gucken, was wir an Waren haben. Holzkohle sehe ich jetzt hier nirgendwo. Wird die denn überhaupt hergestellt hier? Ah ja. Kohle. Ach so, sie machen nur... Ach so, die Kohle wird komplett verbraucht. Moment, wie ist denn dann die Versorgung hier? 100 Prozent, 100 Prozent, 100 Prozent. Also alles gut. Muss ich mir keine Sorgen drum machen. 100 Prozent, 100 Prozent. Allerdings. Guck mal, wir haben jetzt Mehl. Wir könnten wahrscheinlich noch eine Bäckerei brauchen. Macht aus Mehl Brot. Dann machen wir noch eine Bäckerei. Dann sollte sich das nämlich ganz langsam mit dem Bedürfnis nach Brot auch klären. So. Das ist dann unser Bäckerbetrieb, beziehungsweise unsere Anteile von an der Insel Bayonet gekauft. Ach, sie kaufen sich immer wieder gegenseitig ihre Anteile weg. Das ist das. Na ja gut, können sie machen. Was ist hier los? Ja, ist natürlich total überlastet. Ich muss hier ein drittes Warenhaus hinbauen. Hm, Spaß für die ganze Familie. Dann kommt das Warenhaus hier oben hin. Immer dieser Nervenkitzel, wenn alles glatt geht. Natürlich, ich bin bereit, die Ladung anzunehmen. Jetzt machen wir hier erstmal noch ein bisschen Deko hin. Machen wir ein schönes Bäumchen hier hin. Schönes Bäumchen da hin und hier noch so einen kleinen Brunnen. Dann ist auch das Lagerhaus schön. So, wir haben einen Kessel abgeholt. Das ist großartig. Endlich habe ich einen Teekessel dabei. Aufgabe-Item. Und das müssen wir jetzt bringen zu der guten hier oben. Und dann mögen die uns beide. Da bin ich sehr glücklich. Machen wir uns gleich auf den Weg. Ab geht's. So, unsere neue Siedlung. Cares Bromage. Originelle Siedlung. Hier wird 1a Hochqualitätsbier hergestellt. Deswegen gibt es natürlich nur eine Möglichkeit, wie wir diese Stadt nennen können. Denn hier befinden wir uns eindeutig... Oh, warte, das ist ganz wichtig. Neukölln. Denn hier wird hochqualitativ... Nehmen wir an, man darf wieder keine Umlaut oder sowas benutzen. Hier, Neukölln. Fertig. Nein, es ist nicht Cares Bromage. Es ist Neukölln. Verdammt. Ach, Mann. So, jetzt aber mal ganz in Ruhe. Neukölln. Fertig. Ja, okay. Okay, ich darf hier anscheinend noch nichts umbenennen. Was ist denn hier oben? Achso, es sind ja auch keine Siedler da. Deswegen darf ich hier wahrscheinlich... Okay, wir gucken uns das mal an. Wir machen schon mal einen Weg. Und wir werden hier natürlich auch separat. Wobei, muss ich hier eigentlich wirklich eine Rohstoffversorgung aufbauen? Oder hole ich das einfach alles von der anderen Insel? Bin mir gerade nicht sicher, was mehr Sinn machen würde. Wobei ich das vielleicht auf die nächste Aufnahme-Session schieben sollte. Weil sonst sitze ich um 6 Uhr noch hier. Und finde und finde einfach kein Ende. Das könnte durchaus passieren. Was ich unbedingt noch machen möchte... Das sehe ich nämlich gerade. Und das tut mir in der Seele weh. Ich möchte ein Depot bauen, damit wir hier auch endlich... ...ein bisschen was lagern können. Mal das mal neben die Fischerei. So. Jetzt können wir nämlich mehr von den Rohstoffen hier lagern. 200. Und das ist mir immer ganz lieb. Weil man dann immer so ein bisschen... ...Vorrat noch hat. Jetzt können wir 250 lagern. Das passt auch. Vor allen Dingen sieht es schön aus hier mit den Lagerhäusern. Und hier eben mit dem... Ja, und hier der Fischer fährt immer raus. Den können wir zur Not auch noch umsetzen. Aber ich glaube, so sind sie ganz gut aufgeteilt. So holen sie auch genug Fisch. Können wir denn mittlerweile eigentlich jemanden upgraden zum... ...Nichtbauern? Also ich meine zum Handwerker. Wir können Handwerker upgraden. Okay. Bevor ich das jetzt mache... Ich kann das jetzt nicht machen. Ich muss jetzt langsam ins Bett gehen. Bevor ich das jetzt mache... ...bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Wir haben ganz viel zu tun. Wir müssen eine ganz neue Siedlung aufbauen. Ja, natürlich. Das hat sich mal gelohnt. Also da kann man nicht meckern. Was hat die Dame denn zu verkaufen? Sie möchte nicht mit mir handeln. Das ist ein Problem. Gut, dann müssen wir mal gucken, ob wir in der Diplomatie irgendwas machen können. Ich glaube schon. Hier, Handelsrechte. Wir müssen vielleicht... Oh, wir sind deutlich besser als sie. Okay. Mit ihr sollten wir uns nicht verscherzen. Was können wir denn machen? Mit Verbindungen wie dieser kann ich die Erwartungen des Kaiserhauses erfüllen. Das ist doch eine gute Sache. Weißt du was? Dann lassen wir unser Schiff doch direkt mal da. Ein guter Zug, Schätzchen. Warum ist sie denn... Warum ist sie denn da glücklich drüber? Na gut. Das ist eine alte Frau. Ihr Verhalten muss man auch nicht verstehen, ne? Das ist manchmal ganz abstrus. Und absolut unerklärbar. So. Ey, was wollte ich denn jetzt hier noch machen? Ich wollte eigentlich... Ne, ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich warte jetzt nur noch mal kurz darauf, dass das Schiffchen... Warte mal. Ne. Ich mache es mal auf schneller. Dass das Schiffchen hier drüben ankommt, dass wir einmal kurz gucken können, was sie denn eigentlich hier in Roskow, der asiatischen Siedlung, anbietet. Ach guck mal, sie hat schon eine Kanone gebaut. In diesem Traum besitzen wir alle nur den Splitt. Jetzt habe ich sie unterbrochen. Na komm, erzähl. Ich habe sie wieder unterbrochen. Es tut mir leid. Handelsmenü. Geografie verwischt durch die Tränen des Zweifels. Hm. Also sie bietet an Eisen. Sie bietet ganz schön viel an. Und sie braucht Seife und Bier. Ja. Tja. Ja, das ist leider auch genau das, was ich brauche. Das heißt, ein Handel ist leider nicht möglich. Na gut, aber dann sind wir schon mal... Wir sind gut aufgestellt, glaube ich, im Augenblick. Und sobald wir die ersten Handwerker haben, können wir dann auch die Fregatte bauen. Das wird also nicht mehr lange auf sich warten lassen. Und Bier wird alsbald hinzukommen. Das haben wir uns verdient. Ja, genau. Das ist die richtige Antwort auf den Satz, den ich gerade gesagt habe. Als hätte es das Spiel vorhergesehen. Ja, und hier muss ich mal gerade gucken. Zack. Und ich hoffe, der entlastet jetzt auch wirklich da unten die Betriebe ein bisschen. Weil der ist jetzt total überlastet. Aber gut, beim nächsten Mal kann ich ihn dann... Wenn wir Handwerker haben, kann ich das sowieso nochmal upgraden. Das sollte also hier oben durchaus gut hinhauen mit den Lagern und Häusern, die wir jetzt haben. Schauen wir mal. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.